Ein Ford Kruger Vorführwagen ist hier zum Verkauf angeboten. Der graue SUV ist fünftürig und bietet Platz für 5 Personen. Der Kilometerstand des Autos liegt bei weniger als 3000 km. Die Erstanmeldung war Ende 2015. Der SUV besticht durch sein hochwertiges Lederinterieur und zahlreiche Ausstattungsdetails wie Bordcomputer, Alufelgen, Einparkhilfe, ESP, Klimaanlage, und noch vieles mehr. Der sparsame Benziner hat eine Leistung von 150 PS und wird über ein 6-Gang-Schaltgetriebe gesteuert. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 23.870 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Autohausködler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl, bester Preis.